Das Energierecht steht ständig unter Strom. Warum ist das so? Weil vom Energierecht fast alles verlangt wird. Es soll uns helfen bei der Energiewende und beim Klimaschutz. Es soll für ökologisch verträgliche Energieerzeugung sorgen. Es soll aber auch dafür sorgen, dass es faire Preise in der Energiewirtschaft gibt, dass keine Energiearmut eintritt. Und es soll den Verbraucher erziehen zu einem sparsamen oder zumindest effizienten Umgang mit Energie. Und weil dieses Rechtsgebiet so weit ausgreift, weil es ein Regelungsmonster geworden ist, das von der Erzeugung bis zum Verbrauch alle Bereiche der Energie umfasst, ist es mittlerweile schwer überschaubar geworden. Wir können grob gesagt drei große Blöcke unterscheiden. Der erste ist das Recht der Energieerzeugung, ob es jetzt Windkraft ist, Wasserkraft oder Photovoltaik. Der zweite ist der Bereich des Energietransports, der Energieverteilung, der Energienetze. Die große Herausforderung mit Starkstromleitungen etwa eine Balance zu schaffen zwischen der Energieerzeugung durch die Windkraft des Nordens und jener durch die Solarkraft im Süden. Und der dritte Bereich ist der der Energiemärkte, die Vorsorge für Versorgungssicherheit, aber auch für verträgliche Preise. Und all das unter einen Hut zu bringen, ist eine gewaltige Herausforderung für das Recht. Und weil auch das Recht der Europäischen Union hier ein gewichtiges Wörtchen mitzureden hat, ist es zu einer sehr komplexen Rechtsmaterie geworden. Um diese Rechtsmaterie zu verstehen, zu durchdringen und anwenden zu können, braucht es vor allem eines, recht viel juristische Energie. Untertitelung des ZDF, 2020